ja leute hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von final fantasy 7 in der letzten dance party es wäre die alt gegangen und haben uns ein kleid für cloud organisiert um zum don zu gelangen wir werden jetzt gemeinsam mit erif zum don gehen und gucken wie es erif geht viel spaß die show heute war ja mal echt der hammer also im sinne von als spieler fühlt man sich ja immer der figur verbunden war das improvisiert der junge schien extrem überrascht jetzt auch geht wie im classic das war wirklich beeindruckend er sagt nichts kein wort nein mit gas nicht es hat zwar cool ich hätte mir halt gewünscht dass ich es mehr genießen kann ich meine ich kann es mir im nachhinein angucken aber da waren über lichter und du konntest dich kein bisschen konzentrieren nichts konntest du machen aha jetzt gehe ich in die seitengasse und guck was die jetzt sagen schöner als die andere ist alles so laut ja also es war wirklich schwer alles alles hat geleuchtet alles geblinkt geblunken geblinkt keine ahnung und ja es war nicht leicht vor allem einiges hat man nicht sehen können weil die leute wenn die tänzer es verdeckt haben an sich richtig cool inszeniert und für ein dancing-spiel wäre das tatsächlich schon eine alternative schade vor allem wie er versucht jetzt als wir als frau zu gehen aber man sieht einfach das kreuz von ihm naja wer weiß gehen wir mal zu zu dem nach oben vor allem die zöpfe die passen absolut gar nicht absolut gar nicht weil die haben die haare ein bisschen länger gemacht hinten also nicht die zöpfe die zöpfe sind falsch klar aber ich meine die spitze hinten ich kann sogar laufen wie eine echte dame ich glaube das richtig gut alter guckt sich an wie eine dame läuft jetzt schön das kreuz durchstrecken du bist doch wir haben empfehlungsschreiben von madame m und anjan lässt du uns rein seid ihr euch sicher absolut ich hoffe ihr bereut das nicht aber nicht doch na gut dann rein mit euch die brautschau rein haben wir es geschafft jetzt schwören können ich hätte ein grünes kleid eingehabt kein blaues oder waren das einfach nur easter eggs im laden weil vorher haben wir sie im laden bekommen deswegen mussten wir den schneider auch zurückbringen damit er uns die kleider geben kann und ich glaube die kleider standen da als easter egg haben sie richtig die treppe auf das zimmer ganz hinten keine besichtigungstouren kapiert ja ja keine besichtigungstouren guck mal das gold glaubt mir die sachen hier könnt ihr euch nicht leisten ja ist ja gut ich vermöbel dich nachher dann nehme ich es mir trotzdem so sieht es aus die empfehlung von madame m erste sahne ich bin besser hey nicht anfassen ja wie soll ich denn reingehen achso wahrscheinlich da rein in der äh prachtvollen tür die empfehlung von anjan gib doch mal schön brav ins zimmer und warte dort in welches zimmer denn das ist hier das zimmer ist da hinten da leh toll rumpelkammer was ist das für ein seltsamer geruch da wird einem ja ganz schwummrig von schlafgas schnell raus hier verdammt cloud auf blöde was ist denn mit aus passiert fühlt ihr euch das gar nicht gut ich bin untröstlich wir bringen euch jetzt mal zum ruheraum da könnt ihr hübschen euch etwas holen ja dann lasst euch mal los gehen wo bringt ihr uns hinten Vorsicht, halt auf, dass ihr nicht hinkommt. Hey, etwas sagt er bitte. Hä, bin ich doch, Mann. Wir zwei sind Koneos Gäste. Wenn denen was zusteht, macht er Hackflasche, sonst was ich doch selbst. Diesmal ist die Auswahl aber echt allererste Sahne, oder? So geil. Hey, geht es dir gut? Tifa? Ja. Alles okay? Äh, mhm. Ein Glück. Ähm, also... Bist du das etwa, Cloud? Wieso bist du geschminkt? Und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo. Hallo. Mein Name ist Eris. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist's gefährlich. Nein, ich hab doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du... Weißt du... Drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Äh... Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud? Wen er auch will, ist völlig egal. Aber Eris, ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf. Die lässt sich eh nichts sagen. Aha. Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Ja. Okay, mich würde mal interessieren, was die anderen Kleider von Tifa wären. Kann ich das kugeln? Was passiert jetzt? Man wird uns sicher schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Äh... Tifa Lockhart. So heißt die Gulu übrigens. Äh... Kleider? Nicht, dass ich jetzt bei... Hä? Guten Morgen, meine Damen. Ich hoffe, ich hab gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Wir sehen uns oben. Okay. Es geht los. Was ist denn in dich gefahren? Ah, okay. Jetzt habe ich's. Ach, verdammt! Ich hätte was anderes nehmen sollen. Oh ja, ich... Oh Gott, das will. Ich werde euch die Bilder jetzt mal einblenden, wie sie sonst ausgesehen hätte. Und was ich bevorzugt hätte, kommt dann zum Schluss. Also es gibt zwei Varianten, ne? Einmal... Sehr elegant und... Und... Und ja... Das. Uh! Uh, das hätte ich mir wünschen sollen. Alles okay. Alles okay. Kann ich mitnehmen. Schade. Beim nächsten Mal. Beim Replay. Ja, wir gehen gleich. Erstmal Musik. So, bist du dann. Dankeschön. Auf Lager 3 soll ich die kaufen? Ja, weißt du was. Man weiß ja nicht, wann man sie braucht. Dann wollen wir mal. Und? Ja, wir gehen jetzt. Komm, Mädels. Ich hoffe, ich muss in diesen Kleidern nicht kämpfen. Und wie bekomme ich mein Schwert wieder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, Tifa hat's gut. Sie kann auch so kämpfen. Und schauen wir mal. So, meine lieben Mädels. Dann reiht euch mal schön auf. Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht? Äh, äh. Nö, egal. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich. Der unnachahmliche, unvergleichliche, allzeits beliebte Don Corneo. Hi, Schnecken. Sehr schön. Entzöckend. Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Hi, hi. Dich vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ich hab's. Ich weiß, wen ich nehm. Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Drecksschwein. Hä? Hey! Wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön. Du bist ein Falke. Werden dir die Flügel schon stutzen? Allein der Bart. Heute Nacht leg ich dich auf dein breites Kreuz. Oh ja, die Widerspenstchen mag ich besonders. Oh komm schon. Die anderen zwei überlasse ich euch. Ja! Sauber! Sag, welche nimmst du, Mann? Ich dir hier. So, wildes Felkchen. Dann komm mal an meine haarige Brust. Du brauchst dich wirklich nicht sozieren. Ist doch niemand hier. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Vergiss es. Oh ja! Diese Masche ist neu! Mehr davon! Hahaha! Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Abschauen. Hahaha! Mach mir noch mehr Komplimente! Hahaha! Hey, ihr Nasen! Wir haben hier Gäste! Seid nett zu ihnen, okay? Wow! Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau! Dann, 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 hurra! Also dann, meine Damen, sind sie bereit. Bereit? Aber immer doch. Du auch, Tifa? Hm, vier Mann. Hm, also schnell und dann abzuklaut. Was soll das? Eris, runter! Miststück! Warte! Oh, oh, oh! Hut ab, Eris! Hättest dich mal sehen sollen! Anjan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück! Vielen Dank! Ja, Mensch! Wir müssen schnell zu Cloud. Der müsste... Er kann hier aus Zimmer sein. Warte, warte, warte. Das kriegen wir gleich hin. Erstmal müssen wir hier ein bisschen was erledigen. Die Überschallfäuste. Wir sind die Lederhandschuhe immer noch besser. Check ich einfach nicht. Achso, weil die anderen noch so viel WP haben. Ah! 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 Ich bin so schlau! Oh mein Gott! Sollte ich beim Wetten, dass... Nein, ich wette das. Aber wer wird Millionär? Ich bin so schlau! Ich weiß, was ich sage. So! Okay. Dann fangen wir zuerst mal mit den allen hier an. Die sind alle ganz gut. So, ja. 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 Dann gucken wir hier. Das brauchen wir nicht. Erhöht den Schaden, den Angriff in den Rücken, die Gegner verursachen. Auf jeden Fall. Schaden von normalen Angriffen. Und dann gehen wir zum nächsten. Physische Attacke, magische Attacke, Leichenfledderer. Das ist interessant. Heilt beim Töten von Gegnern TP. Ja, nö. Sanghas Leere wird zu 30% aktiviert. Am Beginn des Kampfes erhöht sich mit bestimmter Wahrscheinlichkeit die Stufe von Entfesslung. Mach ich. Zusätzlicher Slot. Haben wir nicht mal gebrauchen. Ich habe jetzt so viele WP hier ausgegeben. Krass. So, die Überschallfäuste. So. Maximum MP brauche ich nicht. Das lassen wir aus. Magische Attacke ist okay. Schnelligkeit. Magische Attacke ist jetzt nicht so zwingend, weil sie halt immer sekundär ist. So. Erhöht den Schaden von blitzelementaren Attacken. Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Attacken davon. Erhöht den Schaden. Ach so. Weil sie macht ja die Debuffs. Verlängert die Dauer von Debuffs, die auf Gegner gewirkt werden. Erhöht den Schaden von Feuerelementar. Ja, gut. Das sind elementare Handschuhe, glaube ich. Äh, nein. Das wollte ich nicht. Wir gehen direkt weiter. Gehen hier rauf. Zusatzschaden von Elementaren. Okay. Statusresistent. Öte Resistenz gegen Zustandsveränderungen, die auf den eigenen Charakter wirken. Das heißt, wenn ich ihn nicht steuere, dann zählt das nicht, ja? Deswegen lassen wir das mal aus. Waffen, die mit Elementar basiert sind. Okay. Ich drücke einfach mal drauf. Ich verstehe das nicht ganz. Vielleicht muss ich bei ihr Zauberer-Dinger rauftun dann. Öte MP. Das sind keine Zauberer-Dinger. Handschuhe. Höhe Schnelligkeit. MP. Oh gut, das kann man auch noch machen. Materia-Slot. Äh, das sind Handschuhe für Magie. Das würde ich auch nicht erzählen. Okay. Jetzt gucken wir uns die ganzen an. Hier haben wir natürlich verdammt viele Materia. Gegner schocken. Aber wir sollten auf jeden Fall zuerst den ersten nehmen, ne? Die Lederhandschuhe. Wegen Gegnern niederstrecken. Klar sind die Überschallfeuste da natürlich besser. Aber die sind mehr so tankyhaft. So. Dann. Auf jeden Fall erstmal das alles raus. Dir geben wir auf jeden Fall die Elementare. So wie Glut. Cloud hat Gewitter, ne? Barret braucht das derzeit eh nicht. Gewitter kann weg. Dann. Wo ist der Rest? Glut? Achso Frost hier. Halt die beide Ares an? Ares? Ares hat zweimal... So hat zweimal Frost an. So. Fehlt was? Was fehlt noch? Frost, Gewitter, Glut. Äh. Das Luftding, ne? Ne, doch. Toxin brauchen wir hier glaube ich nicht so schnell. Toxin. So. Dann geben wir dir nämlich noch... Ja. Wenn ich noch einen Slot mehr hätte... Ich hab einen Slot mehr. Scheiß auf das Kraftreif. Ganz ehrlich. Ähm. Wo sehe ich da die Slots? Ich sehe keine Slots. Äh. Verdammt. Ah. Hier muss das sein. Achso. Deswegen sag ich keinen Slot. Wir haben hier das Schwarzreif. Klar verlieren wir hier ein bisschen Verteidigung. Aber wir kriegen... Äh. Ein Materia-Slot hinzu. Das heißt. Wir können hier... Entwerfen. Zusätzlich Elementarschancen von 8%. Aber ist das auf der Waffe drauf? Flächeneffekt für verbundene Materie. Ah, für verbundene Materie. Hier. Die hier sind verbunden. Seht ihr das? Die sind verbunden. Äh. Da muss ich umplanen. So. Okay. Tiefer. Hast du schon gedacht? Du hast schon Gewitter. Das heißt, es ist zweimal Gewitter. So passiert das nämlich. Äh. Glute? Nee. Gott, bin ich verwirrt. Gewitter. Glute. Ich keine Ahnung. Das ist irgendwie seltsam. Hä? Habe ich jetzt mein Frost weggeworfen oder so? Achso. Nee. Das landet jetzt ganz unten. Bestimmt. Ich habe mich die ganze Zeit selbst verarscht. Ich dachte, was ist hier los? So. Was haben wir jetzt? Frost. Glut. Gewitter. Fehlt noch Luft. Luft. So. Jetzt sind die nämlich verbunden. Feuer und Blitzer. Und Eis. Und Aero. Weil die können dann zusammen leveln. Dann, ähm. Dann, wie? Aber das hat sich nicht gelevelt, ne? Das heißt, es ist wirklich nicht auf der Waffe. So. 8% mehr Damage. Denke ich mal. Dann Verkettung. Nee, Amplikation. Jetzt Verkettung. Wo ist jetzt der andere Rest? Na, magische Verkettung. Synergy aktiviert. Ist so, dass ich das mit einem anderen mache. Okay. Einfach mal probieren. Verleiht der Ausrüstung oder der Waffe das Element der verbundenen Materia. Ah. Jetzt bin ich, jetzt bin ich verwirrt. Ich check's einfach nicht. Äh. Bei Waffen erhöht sich die elementare Attacke. Bei Rüstung die elementare Resistenz. Wenn mehrere Materie eingesetzt sind, ist nur der Effekt der ersten gültig. Ach so. Oh. Ich verstehe. Irgendwie lassen wir das trotzdem mal drin. Einfach mal zum Testen. Okay. Wir sind aber noch nicht fertig. Sorry, Leute. Äh. Wir müssen jetzt nämlich noch gucken, dass wir bei Aerith alles machen. Macht der Unschuld. Geschicklichkeitsprodukt. Magiekreis beschwört. Begrenzt auf einmal. Aha. Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. So genau dasselbe wie das hier. Da fast. Beschwörter in der Turbese sind, dass zeitweise Magie wirkt und dem Einsatz von Magie und Fähigkeiten einen Zusatzangriff hinzufügt. Ja, das ist auch cool. Ähm. Waffenmodifikation. Aerith. Irgendwo mit dem Wachstab an hier. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So. Dann möchte ich gerne... Äh. Wir machen erstmal das, was uns vorantreibt. Äh. Wie zum Beispiel magische Attacke. Das erhöht glaube ich auch mein Healing, hoffe ich. Abwehr lassen wir erstmal frei. So. Schaden von Sturm. Schaden, der durch Sturm verursacht wird. Okay. Und normalen Angriffen. Materia-Slot. Erlittener magischer Schaden beim Blocken minus 10%. Erlittener physischer Schaden beim Blocken. Schaden von Sturm. Ja, machen wir. So. MP Maximum. MP Regeneration. Ja, nicht unbedingt. Zusätzlicher Magischer-Slot. Das ist gut. Zusätzlicher-Slot, ja. Und das war's auch schon. Weil jetzt haben wir richtig viele Slots bei ihr. So. Silberstab. Der ist ja sowieso schon vollständig. Dann können wir den jetzt wechseln. So. Wir haben alles freigeschaltet, ne? Ja. So. Hier haben wir alles freigeschaltet, ne? Hier haben wir den hier. Das lassen wir auch mal aus. Magische Attacke hier. MP Regeneration. Und beim vollen MP Schaden von Angriffsmagie plus 20. Ja, das ist richtig gut. Der Silberstab ist eigentlich richtig awesome. Ich werde auf ihn zurückkommen. Sobald die Zeit gekommen ist. So. Längere Debuffs. Wir haben doch keine Debuffs, die wir wirklich nutzen. Deswegen lasse ich die erstmal aus. Hier haben wir die Elementare wieder. Zusatzschaden von Elementaren. Okay, das ist auch nicht schlecht. Aber ich hab mit ihr halt noch nichts. Ich weiß noch nicht, was ich mit ihr mache. Magische Attacke. Magische Attacke. MP Maximum. Schaden von normalen Angriffen. Schock-Fledderer. Halt bei Spezialfähigkeiten gegen Gegner im Schock-Zustand TP. Okay. Kann man nehmen. Und zusätzlicher Slot kommt. Okay, wenn wir uns das Ganze jetzt angucken. Ich hab's extra so gemacht, um zu gucken, was jetzt hier Starse ist, ne? Ähm. Ist der Silberstab schon enorm gut. Aber, ich weiß nicht, was passiert, wenn die Geschicklichkeit noch erhöht wird. Deswegen gehen wir erstmal hier rauf. Äh, nein, das wollte ich nicht. Wir müssen ja erstmal noch die Fähigkeiten erlernen, ne? Das müssen wir bei den anderen auch noch mal nachholen. So. Ausrüstung von Materia. Aerith. So. So. Gebet ist gut. Engel natürlich. Das Limit behältste Mal. Und dann gehen wir auf... ...Auto Vita. Der Magie-Boost. Okay. So. Nachdem wir uns mit Tifa wieder vereint haben, haben wir sie jetzt auch noch ausgerüstet. Ich weiß, es hat sehr lange gedauert. Und da gab's auch nicht viel zu schneiden, weil es war schon wichtig, was wir geben. Und, äh, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge, wenn wir dann im Haus von Don richtig abgehen und ihm ein paar Dinge zerquetschen. Bis dann. Ciao.